Ich habe den Ellenbogen gehofft. Oh, ist das wirklich. Stopp. Links. Stopp. Stopp. Ein bisschen rechts. Ein, zwei Schritte. Stopp, da kommt eine Stufe. Bisschen, ja? Gut. Reiter geradeaus. Nein, das ist mal so. Dann links. Links, ja. Und die Frau, ganz entspannt. Jetzt bist du wieder entspannt. Man merkt schon vom Fußbogen. Stopp, stopp. Stopp. Es ist ja vielleicht ganz sinnig, wenn derjenige, der die Stufe... Ja, ein Schweizer.